Gestern ist ja die Schule wieder losgegangen und wir haben auch schon Anmeldungen für Bibliothekseinführungen diese Woche mit drei zweiten Klassen und nächste Woche haben wir eine Comicwoche anlässlich des Gratis-Comic-Tags, der am 5. September ist und in dem Zug haben wir auch drei Veranstaltungen. Am Montag können die Kinder ihren eigenen Comic entwerfen oder ihren eigenen Comichelden erschaffen. Am Dienstag haben wir ein Bibliokino, wo die Kinder sich den Film, also sie können den Film abstimmen. Wir haben einen Abstimmzettel und der Film mit den meisten Stimmen wird dann gezeigt und am Freitag findet noch ein Bastelnachmittag zum Thema Comic statt.